den sollte aber noch gar nicht also ich habe auf jeden Fall noch einen großen Eier den Städtel Wofür siehst du irgendwas stimmt jetzt wir stehen an der Mauer Prozent nie du läufst ständig Richtung Mauer ne 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 guck mal auf du desinkt hat im Moment ne hatte ich nicht doch du hast gerade 16.000 lauf einfach weiter Richtung Gebäude wir sind schon am Gebäude ah hier bist du doch du stehst direkt vor uns du hast aber immer noch den Desink das hat sich gleich wieder Sven du läufst am Baum auf den ne ich stehe vor der Tür bei der Wache stehe ich vor der Tür wir sind schon in der Wache drinnen jetzt ich gehe mal hoch ne ja du leuchtest ja von unten mit ja das ist cool oder das ist richtig geil das ist ein Dosenöffner dann nimm mit wenn du noch nicht hast ne habe ich noch nicht dafür kann ich aber jetzt den Schraubzieher weg tun genau und hast Endslot wieder mehr frei genau dann lag noch eine Farming Hole auch noch eine bessere Movie Weapon auf der Dose zu trinken jetzt noch eine Dose zu trinken oh hier ist ein Pain-Killer nimm alles und trink mit was da ist ne ja nimm alles mit was brauchst ja ich hab noch genug Platz frei deswegen hinter äh soll ich dir mal Pain-Killers geben sind zwar nur 8 legst du dir mal hin warte mal ähm wir haben noch mal die Mosin-Film ne ja ich hab gerade 20 Schuss für die Mosin-Punkte noch ach Quark echt ja ja äh wo bist du ich stehe hier äh warte mal hier liegen Pain-Killers nimmst du mal mit weil es normal angeschossen wird da unten ok so da haben wir die kleine Wache hier drüben noch hast du Platz für die Mosin-Schuss? mhm ja ok ich dropp die genau hier ne da wo da 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 äh ich würd gern mal was essen wartet mal ja warte hier vorne ist der Brunnen lass uns das Ding jetzt noch mitnehmen ja 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 die Wache und den Brunnen dann können wir da ganz kurz das Picknick machen Picknick Picknick im Brunnen ja essen müsste ich auch mal ja das hab ich vorhin erst aber ich muss noch essen ja ich schieße ich schieße ich stehe am Brunnen Achtung ich höre noch einen er kommt hier auf mich zu kommt durch die Wand Achtung ist er in der Mauer also OCH das gibt's doch nicht boah jetzt kommt 2000 Zombies das wäre natürlich echt Hammerhardt, gell? Die sehen wir einfach nicht, oder? Wir machen uns einfach keine Gedanken, die sehen wir eh nicht. Man müsste eigentlich einen Screenshot davon machen, wie du gerade abtrickst, weil das sieht echt geil aus. Dieser Feuersturm aus der Waffe beim Dunkeln, der ist echt geil. Irgendwie ist das Gebäude... Ach ne, das sind Binoculars. Lohnt die sich? Huch! Verdammt! Ja, aber die funktionieren noch nicht im Hinknien und so weiter. Ja, dann lohnt die sich nicht. Nur im Stehen momentan. Ich muss gerade dringend essen, weil ich bin am Star. Oh, echt? Ja. Hast du was? Ich hab was, ja. Ich habe... Adel. Grad mal. Das ist auch geil, wie jetzt die Gaslampe daneben steht. Also die Gaslampe ist schon der Hammer. Vorhin sind wir die ganze Zeit mit der Taschenlampe rumgerannt und haben uns da verirbt und so weiter und plötzlich haben wir das ausprobiert mit der Gaslampe. Und das ist einfach der Hammer. Das stimmt, ja. Ähm, kann ich mal kurz auf den Klo gehen? Ja, freilich, wir sind ja hier. Okay. Wenn's keine Stunde dauert. Jetzt legst du erstmal ein Eis. Ne, ne, das hab ich vorhin schon, weißt du. Ja, ciao. Hebe die Hand. Warte mal, wie geht das? Auf 2, gell? Ne, auf 4? Ne. Ne, äh, äh, das ist F1, glaub ich. Ah. Okay, ich geh mal ein bisschen aus dem Lichtkegel raus, ja. Ja. Jo, da hab ich jetzt ne Feuerwehrachs, ne normale Achs, ein Messer. Wo bist du hingegangen? Das sind zwar, achso, du bist da, okay. Bleib du da, bleib du da. Dann ist ich im Geflücht getroffen, Klampe aus und gerabbt. Ich freu mich dann auf die, auf das, dass man auch noch bauen kann und, und Feuze. Ja, das wird noch richtig spannend, stell dir das vor, ja. Oh, da kannst du dir riesen Lager mitten im Wald auch schlagen. Braucht's eigentlich, wenn du so die Grundausstattung hast, gar nicht mehr wohin. Craftest du dir deine eigenen Böbel und alles. Coole Sache. Freu mich. Du rückkoppelst gerade. Ja, ich merk's gerade. So, immer noch. Ne, jetzt geht's wieder. Okay. Ah, ah. Wo seid ihr? Uhu. Uhu. So, kann ich mal hier hinkommen, in der SKS liegt hier noch auf dem Boden. Ja, die liegt hier auch vor dir. Ja, ja, die muss ich aber erst mal sehen, damit ich die aufnehmen kann. Ah, jetzt. Von hierhin hab ich die Rounds weggeschmissen, gell? SKS Rounds. Ja, ich mein... Ja, das ist nicht so schlimm. So. SKS verschießt gerade, die Sonne ist so viel. Sonnest du jetzt auf dem Boden kommt gerade. Ah, verkrämt. Wir sind ein bisschen drumrum laufen. Lopatino. Wie da die zwei Schatten immer angelaufen kommen, geil. Wo war das Loch? Da ist es. So, Lopatino liegt ungefähr da in der Entfernung hinter dem Hügel. Eke, du müsstest jetzt nur noch springen hier, wie bei der Olsenbande in der Mitte. Wie springen? Achso. Ja, genau, genau. Das sieht genau so aus. Wie verholt. Du bist schneller als ich, kann das sein. Ich? Ja. Keine Ahnung. Du hast mich gerade verholt. Bin halt kräftiger. Ey, das kommt doch auf den Essenszustand an, also wie weit du Healing bist, etc. Ich bin nur Hydraged. Bin Energized. Genau, und das spielt alles eine Rolle. Okay. Gut zu wissen. Immer essen, essen, dass man Healing oder Healty dann im Endeffekt im Status stehen hat. Dass alle drei Anzeigen, die es gibt, hellgrün sind. Seht ihr mich noch? Ja. Ja. Ach, hellgrün? Hellgrün ist besser als dunkelgrün? Ja. Okay. Erst dann kriegst du ja auch dein Healthy, glaube ich. Genau, dieses Healing und Healthy, erst dann kommt das. Ach so, ich bin mal gespannt, ob in Lopatino da vielleicht die ein oder andere Straßenlampe leuchtet. Boah, du bist mit dem Licht schon ziemlich weit weg, Digga. Lauf ruhig weiter. Du bist nur wegen einem Hückel, sehen wir dich nicht. Boah, ich sehe echt gar nichts. Ah, jetzt, 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 sicherlich. Mich sehe dich auch nur zu. Ja, weil ich gehe jetzt hier gleich wieder bergab, ein Stückchen, deswegen. Ach so. Na, dann kannst du mal kurz warten. Wenn ich stehen, wenn er mich nicht mehr sehen müsste, sagen. Na, wobei, das sieht aber unziemlich geil aus. Warte, Marke. Also, dass Licht durch die Büsche kommt, meinst du? Ja, die... Ah. Man, man denkt, das ist wie so ein Lagerfeuer irgendwo mit einem Weiß. Ein bisschen, ne? Licht müsste nur noch ein bisschen rötlicher sein. Genau. Aber der eine Busch rechts... Ja, die Lampe, die Lampe ist auch beschädigt. Also, meine Lampe, die ist ja nicht, äh, pristine. Deswegen leuchtet die so... So, wo ist der andere? Ich komme jetzt. Ach, ich lasse den, lass mal einfach hier stehen. Ohne Taschenlampe, mach. So. So, wenn irgendwie innerer Häuser oder irgendwas sieht, Bescheid geben. Die müssten irgendwo vor uns auftauchen. Ja, ja, Häuser. Ja, ist klar. Es ist dunkel, Kollege. Na, eine Silhouette vielleicht oder so. Ich sehe einen Zaun. Zählt das aus Haus? Nein. Oh so. Zählt nicht dazu. Ist bloß ein Accessoire. Na dann. Ah, ich habe auch einen Zaun. Ja, den sehe ich jetzt auch. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Wenn ich jetzt wahrscheinlich gleich gegen den Zaun, habe keine Ahnung, warum ich nicht weiterlaufe. Ich glaube, entweder bin ich durch den Zaun, ah, da ist der Zaun. Es sind zwei Zäune hintereinander gewesen. Ja, durch den einen Zaun bin ich entweder durchgelaufen oder von der Lücke am Zaun. Äh, ich müsste mal kurz auf den Kompass gucken. Danke. Moment. Ah, scheiße. Jetzt habe ich die Lampe kaputt gemacht. Kaputt? Ja, ja, ich habe sie jetzt gerade zerlegt. Moment. So, da ist Norden. Schön, dass das Licht ausmacht, dass ich den Kompass nicht sehe. Schalte bitte jetzt. Weil wir sind, wir müssten eigentlich da so hinlaufen. In die Richtung. Ich meine, irgendwie haben wir nämlich einen Bogen geschlagen. Hast du gerade eine Waffe abgelegt, Phil? Nee. Ah, nee, ach nee. Äh, war. War. Hab mich vertutelt. Ich bin, 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 ich bin.